Was sind Scams? Wer ist ein Mugu? Und wieso tschoppt jemand meine Dollar? Jeder von euch kennt diese E-Mails. Ein Unbekannter bietet euch Millionen an, wenn ihr ihm bei einer Erbschaft oder anderen Geschäften helft. Die meisten von euch wissen, dass solche E-Mails Betrugsversuche sind. Aber wer schreibt diese E-Mails? Und wie funktioniert der Betrug? Diese Betrugsmethode nennt man entweder Scamming, ein umgangssprachlicher englischer Ausdruck für Betrug, oder Vorschussbetrug, weil die Methode mit Vorschusszahlungen funktioniert. Oder auch 419, weil das der nigerianische Strafrechtsparagraf für Betrug ist. Ursprünglich wurde diese Betrugsmasche im 19. Jahrhundert in den USA entwickelt, damals noch mit Telegrammen. In den 1980er Jahren haben einige junge Nigerianer die Methode aufgegriffen. Erst mit Faxgeräten, später mit E-Mails. Seitdem hat sich diese Betrugsart aber bei jungen Internetbenutzern in anderen afrikanischen Ländern und darüber hinaus verbreitet. Die E-Mail-Empfänger leben meist in Nordamerika oder Europa, neuerdings aber auch in Asien. Für einige junge westafrikanische Internetbenutzer ist Scamming eine spannende, aber verbotene Möglichkeit an Geld zu kommen. Wie Sie sagen würden, to chop dollars. In Westafrika nehmen Scammer mindestens 55 Millionen Euro jährlich ein. Der Betrug läuft nach einem klaren Schema ab. Der Scammer sammelt oder kauft die E-Mail-Adressen und schickt eine E-Mail. Bei neueren Varianten benutzen Scammer auch soziale Netzwerke wie Facebook, WhatsApp oder Online-Dating-Sites. Die Scammer sind kreative Autoren und erzählen viele unterschiedliche Geschichten. Bei Filmen gibt es Genres, zum Beispiel Action- oder Fantasy-Film. Bei Scams gibt es Formate. Scammer erzählen zum Beispiel von Erbschaften, Goldgeschäften, Lotteriegewinnen, romantischer Liebe oder von einem nigerianischen Astronauten, der Geld benötigt, um zur Erde zurückzukehren. Die Scammer versprechen Millionen, aber dann behaupten sie, dass etwas dazwischengekommen ist. Ausfuhrgenehmigungen fürs Gold müssen bezahlt werden, Überweisungskosten sollen im Voraus transferiert werden oder Zollbeamte müssen angeblich bestochen werden. Die E-Mail-Empfänger hoffen auf die Millionen und schicken immer wieder das geforderte Geld. Sobald die Betrogenen das Spiel durchschauen, nehmen sie die Scammer nur noch als Verbrecher wahr. In der Perspektive der nigerianischen Scammer sind die Betrogenen Mugus, also Trottel. Das Phänomen legt auch europäische Perspektiven auf Afrika offen. Wieso glauben die E-Mail-Empfänger die fantastischen Geschichten über Afrika, in denen naive Afrikaner ihr Geld an angeblich geschäftstüchtige Europäer weggeben? Wie verstehen die Scammer ihre Tätigkeit? Was hat Scamming mit Kolonialherrschaft und globalen Ungleichheiten zu tun?